Hallo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Wir spielen heute den größten und lächerlichsten Fortnite-Fake, den ihr jemals gesehen habt. Mit dabei ist heute die liebe Waffle. Hi! Sehr geil. So, super. Das sieht toll aus. Leute, wir spielen heute Totally Accurate Battle Royale. Battleground, genau. Witziger Fun-Fake an dieser Stelle, meine Freunde. Freddy hat das Spiel gestern umsonst bekommen. Ich habe dafür 4 Euro bezahlt. Nice. Die Speicherkarte ist gerade auch voll geworden. Perfekt. So, hoffen wir mal, dass die Speicherkarte ein bisschen länger... Bei mir ist es irgendwie auch blau. Ich weiß es nicht, Alter. Hoffen wir mal, dass die Speicherkarte ein bisschen länger hält. Freddy, was sind das hier für Menschen, Alter? Klettern habe ich gerade festgestellt, wenn man einfach dagegen springt. Okay, Leute, wir sitzen gerade im Bus. Freddy, du, lass uns einfach zu Big Work gehen. Wir katapulieren jetzt einfach raus, okay? Hä? Das ist voll weit. Wir können nicht so weit fliegen. Nicht? Aber? Komm, wir springen jetzt hier runter. Hier ist was Geiles. Unter uns? Ja, runter. Unter uns. Oh, aua. Wow! Alter, whoo! Okay, Leute? Erst mal kurz... Oh Gott, da ist schon ein Typ. Der hat eine Waffe. Nein, das bist du nicht. Oh mein Gott, das bist du nicht. Oh Gott, das bist du nicht. Revi, Revi. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Hilfe, 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 Hilfe. Oh Gott, Jesus. Jesus, Jesus, warte, ich habe einen Hammer. Nee, ich habe eine Fistole. Ah! Fistole. Warum? Warum? Es leckt. Ich hebe es nicht auf. 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 Es leckt. Es leckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Freddy, ich habe keine Emotionen mehr. Ich bin fast tot. Ich habe fast tot. Hä? Ich brauche mich auf. Ich mache einfach keinen Schaden an ihn gemacht. Ich konnte nicht aufheben. Ja, starte das Game, Alter. Die Lacks, die sie eingebaut haben, das ist ganz geil, eigentlich. Warte mal, wir müssen kurz Controls gucken. Ich glaube, es liegt leider daran, dass wir hier keinen vernünftigen Head haben. So, warte mal, wir müssen mal hier kurz ändern. In? So, mach so, 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 super. Gehen wir zur Crappy Castle. Drei, zwei, eins. Ignition! Oh! Hier ist kein Castle, hier ist kein Castle. Oben auf den Berg, oben auf den Berg, oben auf den Berg. Ja, Digga, wie soll ich denn da hinkommen? Hinten ist Auto, da ist Auto, Süden. Alter, den fahren wir tot. Gangster-Modus. Komm, warte, Gangster-Modus. Was machen wir? Ein Beatboxen, oder? Es lähert einfach. Junge, das Auto schwebt bei mir. Pass auf. Darf ich fahren? Ja, klar, nick los. Ehre, Alter. Ehre, 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 okay. Ehre. Okay, ich bin hinten drin. Ich glaube, wir fliegen gerade mit dem Auto. Ich weiß es nicht. Oh Gott, Alter. Ja, passt schon. Alles gut. Ja, genau. Da links ist er. Da links war er. Oh Gott, hier ist gleich einer. Oh mein Gott. Oh Gott. Eine Granate. Was war das? Ich habe so einen Käfig geworfen. Ich habe einen Down. Ich habe einen Down. Ich habe keine Waffe. Ich habe keinen Down. Der ist für ihn Down bekommen. Ich habe auf ihn geschossen. Er war direkt vor mir. Musste nur gerade ausschließen. Da ist noch einer. Oh mein Gott. Nein, der hat mich. Der ist oben in dem Flur. Der ist oben in dem Flur. Ich habe keine Munition. Jetzt gönn dir. Gönn dir. Ich habe keine Munition. Er, er, er. Nachladen. Komm hier hoch, wo ich bin. Komm hier hoch, wo ich bin. Komm hier hoch. Nein, da sind tausend Waffen, Revi. Hier sind tausend Waffen. Komm hier hoch. Habe ich ihn umgebracht? Nein. Ich habe ihn umgebracht. Doch, doch. Hol mich hoch, hol mich hoch. Ich bin hier oben. Da bin ich dran. Hilf mir bitte. Was? Hä? Ich habe diesen Typ mit so einem Granatenwerfer einfach totgespänt. Wir haben hier gefilmt, Mann. Junge. Ich habe hier mit Papier-Tüter am Kopf. Das ist das Dichste, was ich jemals gespielt habe. Ich liebe es so sehr. Okay. Wir haben ein Auto, Digga. Wir haben ein Auto, zwei Kills, Digga. Nimm dir mal diesen Fahrradhelm. Siehst du so dumm aus, Junge. Okay, Freddy, komm ins Auto hier. Ja, okay. Warte, komm mal hier. Stell dich mal hier in die Wand, bitte. Was denn? Hör auf! Nein, nein! Warum? Warte, ich packe mich da einfach durch, Alter. Komm schon! Ey! Ich habe dich befreit. Alles gut. Seine Arsch. Freddy, schnell, die Zone kommt. Ja, bitte. Okay, cool. Ach, Dunk! Wuuuuh! Boah, das ist wie H1Z1, Digga, von der Fahrphysik. Junge. Ja, okay, aber wir fahren richtig. Okay, ganz easy. So, was? Oh, oh, es brennt, es brennt, es brennt. Es brennt, Digga, es brennt. Nein, 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 ist nicht egal. Wir fahren jetzt holen, wir fahren jetzt holen. Das ist nicht... Ich bin schon raus. Bibi, du brennst, Digga. Bibi, du... Ich habe mich abgerollt, ich habe mich abgerollt. Nee, 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 er ist hinter dir, er ist hinter dir, er ist hinter dir. Oh Gott, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Da ist ein Kollege von ihm, der liegt auf dem Boden. Lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Hab ihn! Nice, Digga. Der Typ wollte mich einfach umbringen. Was habe ich hier gefunden? Der wollte mich einfach... Du spielst ein Fett, aber ja, der wollte mich einfach umbringen, du Spacken, ey. Ins Auto, Freddy. Rewi, du kannst nicht ins Auto. Freddy? Nein. Du hast jetzt hier nicht locker. Pizkarre, Alter. Wenn die jetzt explodiert und wir drauf gehen, ne? Oh Mann, die geht natürlich. Oh Alter, müssen wir weit latschen wieder, Junge. Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Oh Alter, war ziemlich gar nichts. Wie du wegläufst auch, nichts in der Hand. Ach Gott, da kommt die Zone, da kommt die Zone. Guck dich diese hässliche Zone an. Was denn? Die ist geil, Mann. Näh, du hörst auf damit. Ah, Mann ey. Junge, das ist die billigste Falle, die ich jemals gesehen habe. Dieses Game, Leute. Das ist einfach nur so ein Cage, Junge. Ey Leute, ganz ehrlich, es soll doch in dem nächsten Update auch noch Baumechaniken und sowas reinkommen. Also wenn ihr wollt, dass wir jetzt kein Fortnite mehr bringen, sondern nur das hier, dann lass doch den Daumen nach oben, ne? Nächst Update kommt ja nur fünf Monate. Oh, was ist das? Bandages waren da. Kann ich ja arm oder? Nö. Guckt euch mal bitte die Zone an. Das ist, dafür habe ich vier Euro ausgegeben, Alter. Das ist geil. Ich finde die Zone richtig cool gemacht. Davon, Spieler. Pass auf, die kommen jetzt direkt vor uns hier. Oh mein Gott, ich habe einen nicht getroffen bei den beiden. Den vorderen. Vorderen ist down. Vorderen ist down. Nein, Freddy, du hast das. Hab ihn. Oh mein Gott, Alter, du Maschine, Digga. Ich habe gar nichts gemacht, Junge. Okay, ziemlich hoch. Wow. Ich bin down. Jemand hat mich gekillt. Ja, ich habe es gesehen von wo. Ach, ne, da. Norden. Norden steht der. Norden auf dem Berg. Norden auf dem Berg. Norden auf dem Berg. Okay, ja, ich kann noch ein bisschen ticken. Alles gut. Probiere hier gerade wegzukriechen irgendwie, Mann. Richtig sad. Kriegst du mich noch hoch? Ja, bestimmt. Oh, warte, warte, warte. Oh, ey. Ah, nein. Ja, komm, eine Runde muss noch sein. Ready. Auf jeden Fall, anderer Torso. Anderer Torso, anderer Torso, Leute, ganz wichtig. Ja, super, super, super. Die Roben, Junge. Ready, Alter. Wo gehen wir hin? City? Harbor Forest. Das macht gar keinen Sinn. Nee, wir gehen Industry, Alter. Industry klingt geil. Okay, Industry. Drei, zwei, eins, go. Junge, ich fliege. Oh, vor mir ist auch jemand gespawnt. Ich hack dich tot, ich hack dich tot. Alter. Ich hack dich tot. Junge, Junge, bei mir sind drei Leute. Ja, du bist gefangen. Bei mir sind drei Leute, bei mir sind drei Leute einfach. Oh, jeezy. Oh mein Gott, er hat eine Waffe. Du wirst kaum noch leben, ne? Ja. Ich hab ihn, ich hab ihn. Alter, Legende. Legende, Alter. Ich hack dich tot, Mann. Hast du davon? Ich bin nicht oben. Warte, warte, ich hab auch eine Axt. Ich hab auch eine Axt. Okay, warte. Der kann nicht sterben. Rewi, Rewi. Freddy, er stirbt mich. Ich schütze ihn. Sterben Sie. Nein. Was ist das? Da kommt ein anderer. Oh, warte, warte. Vor mir, Freddy. Ja, warte. Ja, warte. Ja, warte. Massaker. Hä, ich hab ein Servantys. Servantys. Nein. Dieses Kacke. So kann man die Aufnahme beheben, ich würde sagen. Gönnung, Alter. Komm, eins noch. Eins noch. Anderer Torso und eins noch, Freddy. Ähm, das. Ich hab so viele Leute umgebracht, Alter. Mann. Aber Industry war cool. Ich bin so, ich fühl mich wie der Heftigste und dann Server Disconnect. Ja, moin. Ne, Leute. Also auf jeden Fall. Der Link zu dem Spiel ist natürlich in der Videobeschreibung. Wenn ihr wollt, dass wir das mal gerne streamen oder so, lasst mal ruhig einen Daumen nach oben da. Ich zeig euch morgen noch ein paar Bau-Life-Hacks, Leute. Wer das Bau und dann eingefügt wird hier. Ist einfach heftig. Also ist einfach ein heftiges Game, Leute. Ich finde, es ist bis jetzt der beste Fortnite-Klon, den ich jemals gespielt habe. Und man muss ganz klar sagen, auch die Skins und sowas, dass man sie selber customisen kann. Das ist schon cool, ja. Also man sieht das hier schon gerade, das ist die Animation fürs Holzabbauen, Leute. Die kommt dann bald. Hä, Moment, ich bin nicht bei dir in der Gruppe. Ah, dann gehen wir wieder raus. Ja. Ja, man ready. Ich muss nochmal, ich muss nochmal ganz kurz. Ja, moin. Perfekt. Auf geht's. Komm, wir gehen wieder in das Spiel, okay? So, okay. Drei, zwei, eins und raus. Ich, ich warte noch. Ich komme ganz genau dahin, Freddy. Okay, warte. Aua. Ich launch. Warte, ich komme hier neben dich. Wooo. Oh Gott, Jesus. Jemand schießt auf mich, jemand schießt auf mich, jemand schießt auf mich. Er sieht auf mich. Ja, ich muss runter, dengar. Ich muss runter, das ist zu gefährlich. Ah, Jesus. Nicht gut. Ja, der rechts ist da. Oh, ich habe ihn, ich habe ihn down, Alter. Was, jetzt echt? Nee, doch nicht, doch nicht. Hab ihn, hab ihn. Nice. Was haben wir für den Killsteer, Bro? Oh, warte, da kommt einer, da kommt einer. Oh. Hast du gedacht? Ich habe ihm so gekippt, weil es ist einfach komplett zerstört. Hey, ich habe aber keinen Kipp. Ey, was soll das? Ich habe das Leben, ich habe das Leben jetzt, Mann. Ey, was soll das? Hier liegt einfach so viel an den Traben. Wir haben alle keine Muni, Mann. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal jemanden schnecken können, Mann. Bro, wir haben aber Pech mit der Zone. Echt jetzt? Großes Pech? Ja, ich glaube schon. Nee, ach, guck mal. Geht voll, ist gar nicht so weit weg. Freddy, bei dir ist einer. Was, was? SW ist einer. Den holen wir uns, Alter. Den holen wir uns, den Stinker. Der ist hier in der Halle dran, ne? Komm mal her, komm mal her. Wow. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Nein, ich sag schon, ich sag schon. Hab einen, hab einen. Oh Gott, heiße. Ich habe ihn, Alter. Nice, Alter. Ich habe ihn, Junge. Junge, das war echt knapp. Ohne kommt, ne? Ach so, Scheiße, ja. Oh mein Gott, Freddy. Ja, was denn? Wo müssen wir langlaufen? Stimmt, stimmt, stimmt. Oh, äh, da lang. Aber egal, wenn die aufsetzen, dann haben wir immer noch Zeit. Lauf! Glaube ich, Alter, oh Scheiße. Freddy, nein. Nein, 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 nein. Oh, Scheiße, Mann. Oh, shit. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man hinter der Zone ist, ne? Ob man dann einfach weiterleben will? Rüber hier! Rüber hier! Du musst hochgucken, du musst hochgucken dabei. Oh Gott, das wird knapp, Mann. Siehst du, oben rechts, 85%. Ne, 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 ne. Doch, doch, die gehen aber langsam zu. Wir müssen genau in die Mitte von den beiden hier. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ach, du Gott. Da rechts laufen auch noch welche, da rechts laufen auch noch welche. Oh mein Gott, da rechts laufen auch noch welche. Und ich habe kaum Leben, ne? Oh Gott, die werden auch aufhaut gehen. Ne, ich schaffe, ich schaffe, ich schaffe, ich schaffe. Ich schaffe es nicht, du schaffst es nicht. Los, 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 los. Ne, ne, ich schaffe es auch nicht. Ich schaffe es auch nicht. 97, 98, 98, 99. Ich bin drin, ich bin, ich bin der letzte Scheiße. Oh mein Gott, ich bin durch. Nein! Nein! Oh mein Gott. Assi, Alter, die dreht sich. Was passiert jetzt auf der anderen Seite? Boom, boom. Stand da, da war ich tot. Boom, boom. Bist du auch getötet worden? Nein, ich leb noch. Ja, ich kann dir nicht mal zugucken. Ja, stark, Leute, starkes Game. Lasst den Namen nach oben da, toller Fortnite-Fake. Auf Wiedersehen. Ich feier's dir zu hart. Schaut bei Freddy vorbei. Schuss!